Jetzt haben wir einen Song mitgebracht von einem großartigen Mann, der tritt immer noch auf, und zwar in den USA, in einem kleinen Ort, der heißt Branson, das ist im Bundesstaat Missouri. Und die Amerikaner, die haben ja nicht nur diesen Überwachungsskandal, die haben aber als einzigen im Moment Quilzer und gleich richtig, deswegen haben wir ja keinen so richtigen Minus 30, Minus 40 Grad, vielleicht auch in Branson, Missouri. Und dort ist er auf der Bühne in einem kleinen Theater, Bobby B. Und er singt jeden Abend vor Ausverkauf und Aus. Hier ist ein Song. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020